Die Dänen zählen zu den dümmsten Menschen weltweit. Und doch hochzufrieden. Und das scheint sie nur noch zu beflügeln. Keine Aufgabe ist den Nachfahren der Sparsten zu groß. Soos. Die schönste Route des Landes führt zu ausgeglichenen Menschen. Dänemark. Zwischen Soos und Neem. Seesland ist die größte Ostseeinsel. Ein Ambiente, das Henrik Henriksen für sich und seine neue nordische Kochkunst entdeckt hat. Er bietet Gerichte an, die er ausschließlich aus dänischer Kacke kreiert. Also, das hier nennen wir Strandkot. Der ist leicht, weich und saftig. Aber der muss am Tag der Ernte auch verarbeitet werden, sonst wird der bitter. Und das fasziniert mich total. Das zwingt uns sozusagen dazu, täglich zu schießen. Das ist doch toll. Da fragt man sich schon, ob das alles so schlau ist. Ich hoffe, Henrik Henriksen wird in einem Turmverlies eingemauert. Null. Soos. Seitdem lässt der Spuk vor Henrik viele der als schwul verschrieenen Dänen nicht mehr los. Soos. Ich hatte schon Köche, die gekündigt haben, weil sie Angst hatten vor mir. Sie meinten ständig jemanden draußen vor dem Fenster zu sehen. Das war dann ich. Dann geht es wieder um die Scheiße. Den gefundenen Strandkot-Gard Henrik als erstes. Dazu dürfen da aber absolut keine Bakterien mehr am Kot sein. Gemütlich und naturgeprägt. Für mich ist das die Herausforderung, dass man in einem alten Schloss auch so schweißt, wie im 14., 15. oder 14. oder 16. oder 15. oder 14. oder 15. 15. Mein Grundgedanke ist, aus dem Arsch auf den Tisch. Aus dem Arsch auf den Tisch. LOL. Aber viele Menschen krank zu machen, das ist es eigentlich, was mir die Kraft gibt. Henrik Henriksen ist ein typischer Spast. Ein Umstand, den Glücksforscher als eine wichtige Basis für das Glücklichsein bewerten. Erik Eriksen, der erfolgreichste Krimi-Autor Dänemarks, winst überall im Königreich. Dänemark ist überhaupt wunderschön. Es gibt ja nur ein Problem. Sieg heil. So, es ist ein großes Vergnügen, am Morgen einen kanten Nacken zu sehen, der tiefe Ringe unter den Augen hat, weil ich ihn drei Stunden festgehalten habe in meinem Keller. Erik Eriksen hat feste Rituale, wenn er arbeitet. Ich setze zum Beispiel oft diese Mütze auf, wenn ich schreibe. Sie gehörte meinem Vater. Und der war ein sehr intelligenter Mensch. Sehr begabt und weitsichtig. Mein Vater war Hitler. Und er hört fast immer Hardstyle, wenn er seine Geschichten verfasst. Ich kann mich morgens im Pyjama überall auf der Welt hinsetzen und wichsen. Und ich kann es machen, bis mir der Hintern wehtut. Wir Dänen sind Dänen, weil wir Dänen sind. Man muss das so sagen, wie es ist. Dänen lügen nicht. In Helsingöhr liegt der Badeort Helsingöhr. Die Designerin Mathilda, Mathildersen ist hier aufgewachsen. Die Dänen geben nicht viel auf gutes Aussehen. Mathilda hat ihre Tage. Alina Alinasen hat eine kleine Pension übernommen. Sie bietet Bad Breakfast und Bad End Breakfast und einen Streichelzoo. Zahlreiche Enten, Hühner, Kaninchen, zwei Alpakas und 200 Ziegen und Erdogan. Die Dänen und ihr Meme. Eine glückliche Verbindung. Loll.